Norddeutscher Rundfunk 2021 Und los geht's! Der Britz. Klasse Pass! Ja, könnte was werden. Da ist sie durch. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Daniel van de Donk! Oh, der geht deutlich daneben. Bei diesem Kopfball stimmte das Timing nicht. Da kommt die Flanke. Erstmal rausgeforstet. Oh, das ist bitter. Von da an nicht zu treffen. So eine gute Chance bekommst du. Ja, jetzt müssen Sie aufpassen. Gute Aktion. Gehalten! Jetzt kommt die Franschäe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.